Und schon wieder ein Teenager, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Damit ist sie das fünfte Opfer, das dieses Jahr in der Hauptstadt erschossen wurde. Woher kommst du? Aus Depford. Ein Ghetto-Boy, ja? Ich hab meinen Bruder gefragt, warum Packham so ein Beef mit Depford hat. Wenn du aus der Ecke kommst, bist du auch einer von denen. Ich liebe den Kampf. Kennst du eine Sängerin, die aus Packham kommt? Nein, aber du könntest doch die Erste sein. Ein Aufreißer. Ich will nicht nur Sex, ich will eine Beziehung, versteht ihr? Ich gebe euch fünf Sekunden, um euch aus meinem Haus zu verpissen. Eins, fünf. Das ist Witchers, deiner Bruder. Wir passen auf uns auf. Ich auf dich und du auf mich. Hätte er das Messer benutzt, hätte ich ihn abgestochen, Bruder. Woher kommst denn du? Mann aus Packham, was los, brah? Lebensmüde oder was? Du kannst ihn damit nicht davon kommen lassen. Verstanden? Wer war das? Das waren deine Jungs. Meine Jungs? Ich find den Scheißkerl und mach ihn kalt. Was versuchst denn du zu beweisen? Du weißt, dass ich nicht zu einer Gang gehöre. Wenn jemand nicht zu mir hält, ist er gegen mich. Vergiss das nicht. Und was hat dir das alles gebracht, hä? Das ist mein Sohn da drin. Ich bin seine Mutter. Und die, was die erzählt mir irgendwann? Warum kennst du mich überhaupt? Um der Postelzeit, die wir nicht mehr kennen? Warte nicht, bis er dich erledigt. Du musst ihm zuvor kommen. Du bist die ganze Zeit hinter mir her. Jetzt bin ich hinter dir her. Ich bin dein Sohn. R.I.P. 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 To all the innocent lives. I hope these youngers wake up and they start seeing the light. I ain't trying to justify it, but I'm going to show you what these young boys are fighting for. Sohn. Das war's.